Nur die Transporter für die Truppen, würde ich sagen. Passt ihr denn da rein? Ja. Alle? Äh, ja, das war jetzt etwas mehr direkt. Okay, perfekt. Ich glaube, es ist sogar perfekt, passt nur da rein. So. Das können wir machen. Also, ich habe... Das sind jetzt die Transporter. Das sind die schweren. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Dann erstmal alle schweren. Ne, ich weiß, dass man nicht ist. So. Ihr beiden kommt erstmal nach hier. Gut. Es ist nämlich sehr wichtig, dass... What? Dass wir erstmal ihre Haupttruppen alle abwehren. Das wird schwierig, weil die, ja, auch schwere Truppen haben. Sie scheuen sich so ein bisschen und es direkt... Oh, oh. Okay, ich weiß schon mal, worauf ich, ähm, nochmal sparen muss hier. Paketen? Ja. Obwohl. Ich weiß jetzt nicht, ob... Wie kostet die Hilfe? Wie kostet die Hilfe? 210er. Neue Gegner nähert sich. Ein Ziel weniger. Befehle bestätigt. Sofort. So. Ich sehe neue Feinde. Wir kriegen Treffer. Was? Genau das ging seit 15 Leuten ab. Und dannollar. Dann soll ich die Hilfe wieder abgeben werden. Das tut so eine Rasse auf. Er muss überleben. Das Wichtigste. Ja. Okay, alle Raketengruppen. Eine formatierte Reihe ausstellen. Ihr kommt. Ja, Commander. Ja, Commander. Ich bin da hin, die Heiler, wie sie befehlen. Bestell dich. Bestell dich. Befehle. Lagerungssoldat. Ich bräuchte noch einen Saltenitenschuss mehr. Wir stürzen uns ins Gefecht. Immer diese Dämmelchen. Ja. Wir sind in der Nähe des Schmerzes. Wir sind in der Nähe des Schmerzes. Wir haben hier nur das Schmerzen geschossen. Denen haben wir es gefeigt. Warte. Denen haben wir es gefeigt. Neun Feindwäldiger. Ich sehe neue Feinde. Die gleiten an. Der Seele empfangen. Wir bräuchten unter Schmerzen. Denen haben wir es gefeigt. Bestell dich. Unbeweglich, aber große Angriffsreichweite. Ausgleichen. Du bist nicht in der Nähe des Schmerzes. Du bist nicht in der Nähe des Schmerzes. Nein, das ist nicht in der Nähe des Schmerzes. Befehle empfangen. Ja, komm mal. Das Radar ist schonmal. Ach, ich hab ja schon Radar hier. Aber gut. Ein größeres Verwalter kann ja nie sein. Man kann sich das hier jetzt auch mitnehmen. Und lassen wir es erst mal stehen. Verdammt, eigentlich kann man mir jetzt nicht mehr so gut verstanden haben. Neues Ziel aufgetaucht. Das ist für den Weg. Ich bin besser nicht. Mein Ziel erledigt. Ja, wie gesagt. Ein Feind weniger. Ja, Kommander. Ich sehe neue Feinde. Neues Ziel aufgetaucht. Ich bin ja immer noch ein bisschen ratlos hier. Mit allem. Wie ich ja... Ich bin ja jetzt immer mit ihrem... Doch, könnt ihr nicht mal alle angreifen, damit ihr euch niederprügeln kann. Ja, danke. what? Ja, das ist für den Weg. Ich bin ja sicher. Wir werden sie verwerben. Wir sind festgelegt. Wir sind in ihr aus Schusslinie. Wir sind in ihr aus Schusslinie. Neue Đâyな mir ist. Ich... ein Ziel weniger! Das hier werden wir! Ein Feind weniger! Oh Gott, wo will ich denn jetzt bombardieren? Ein Feind weniger! Ich glaub erst mal hier. Hier ist immer gut. Auf der Stelle! Neue Feinde ernähren sich! Was? Eigentlich fällt jetzt irgendwie eine Schaden ab. Vorsicht, ein Feinde! Ich dachte immer so... ...dann machen die mehr Schaden. Hm... ...nicht schlecht eigentlich. Hm... ...nicht schlecht eigentlich. Hm... Hm... ...nicht schlecht eigentlich. Wie hier für die Luftabwehr... ...und alles. Oh was. Pff... Ach so, hier geht's in die Stadt normalerweise rein. Wow. Ja, fast auch immer der Typ der will. Aber irgendwie viel schöner als ich gegangen bin. Cetan. Boah, ich wette die muss ich auch noch beschützen. Irgendwie. Cetan fast. Nicht zu glauben. Aber gut, wenigstens haben sie überhaupt leben. Wie viel gibt's denn? Neues Ziel aufgetaucht. Ein Ziel weniger! Ich glaub die Artillerie sollte mit mehr Außerfall verschießen. Was ist denn dafür zum Beispiel? DOKOMON! Keine Energie ohne? Ja. Wie weit kann sie denn entschießen? Steht das irgendwo? Also weit könnte ich es hier. Oh, sie sollte woanders entschießen, nach der jetzt geht's los. Und hier könnte ich dann alle nach und nach abwagern. Hier muss bestimmt jemanden rausholen. Oder? Ah ja. Tja, auch. Jetzt noch irgendwo eins davon. Mit der Punkt, der Punkt und der Landezone. Und der Schildgenerator. Die Hauptbasis mit der Landezone. Der Schildgenerator und der Schildgenerator. Mit nem coolen Dreieckhaus. Ähm. Yay. So. Denn etwas in deinem Schild fehlt. Und wer zur Hölle ist das? Ach so, ist es Warhurst? Ach, ich wusste ja, ist hässlich. Ich erinnere mich mehr so ein Star Trek mit den Norden Allianz Zeichen. Aber gut. Okay, hab ich nur noch Schaden gemacht? Oh nein. Habt ihr dann? Guck mal hier. Ich sollte mehr von diesen Schützen holen. Ich sehe neue Feinde. Ich sehe neue Feinde. Denen haben wir's gezeigt. Wie viele Kumpen kriegt denn ein Einzelne Vernichter? Gegner beseitigt. Naja, nicht viele. Diese... Diese... Diese Lampe, die die nicht haben. Die sind 23 mehr cooler. Und fahren nur in Zeitlupe. Was hast du da oben vor? Ich meine, du bist der Dab in der Rüstung. Aber was hast du da oben vor? Na gut. Ha. Ich glaube ja. Das war eine ganz gute Idee, hier in der Mitte schießen zu lassen. Mist. Boah, komm, greif doch mal an und auf... Hat der hier noch was von mir hingestellt, oder was? Ich würd's doch mal. Ich glaube, ich weiß, was ich noch... Ah ne, dann bräuchte ich noch einen hier vorne, um die zu fusionieren. Und dann könnte ich dieses Schutzschild-Dings machen, dass meine Truppen weniger Schaden bekommen. Aber ich will ja irgendwie keine perfekte Verzeichnung machen, denn da mehr irgendwie... ...ehm... 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 ...ihre ganzen Truppen-Schwächen und dann... ...Wartes halt angreifen. Aber sie kommen halt nicht. Wenn sie alle gleichzeitig kommen würden, hätten sie vielleicht einen Schock. Neues Ziel aufgetaucht. Gegner besättigt. Ein Ziel weniger. So sollte das laufen. Ein Ziel weniger. Machen wir. Ja. Wie sie befehlen. Bestätigt. Ja, Commander. Sofort. Okay, Löwen. Ja, Commander. Bestätigt. Verdammt, das sollte ich jetzt mal nicht machen. Bestätigt. Ein Feind weniger. Habe ich gerade einen Panzer? Oh. Äh... Ja. Nur zu dem Thema, der... Schwerden stärker. Gegner beseitigt. Hallo. Dann haben wir's gezeigt. Hehehe. Neue Feinde nähern sich. Bestätigt. 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 Ja, Commander. Ein Feind weniger. Bestätigt. Bestätigt. Gegner beseitigt. Ja, die würden seine Rüstung zersprengen fast. Aber so langsam werden's hier weniger. So, wahrscheinlich hat er noch ein paar bei sich. Die Hubschrauber, die sind so... Hm. Ich glaube, ich schicke da mal einen kleinen Trupp weg. Hehehe. Was ist das? Okay, die reichen. Dann schicke ich mal die hier. Laufen die denn irgendwo rum, oder? Wir werden sie verderben. Ja, äh... Nein, du sollst nicht mehr, danke. Wir liegen unter Schweren durch uns. Denen haben wir's gezeigt. Wie sie befehlen? Mein Feind mit ihr. Erwege etwa. Liege unter Kreuzfeuer. Nein! Ja. Nein! Nein! Okay. Wir liegen unter Kreuzfeuer. Bestätigt. Nein! Gut, eigentlich kann ich immer aufgehen. Ja! Sie werden stärker. Indem ich sie vernichte. Denen haben wir's gezeigt. Erstell dich. Ja. Hä? Was ist denn die weg? Ein Feind weniger. Denen haben wir's gezeigt. Gegner beseitigt. Ein Feind weniger. Ja! Vorsicht, Feinde! Ja! Ja! Bestätig! 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 Ja, komm! Greif an! Du, äh... Feinde! Bestätig! 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 Ein Feind! Du, äh... 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 Oh, da kommt der wieder zum Glück. Ja, weit ausgescheitert. Ich habe es gewafft, alle. Bestätigt. Gut, dann laufen wir zurück. Ich habe schon wieder seit zwei Punkten. Ich sehe neue Feinde. Was machst du da? Ich sehe neue Punkten. Nein, ich habe dir ja nicht gefohlen, dumm zwischen deinen eigenen Truppen rumzubacken, oder? Wenn du auf dem Band gespielt hast und mir es jetzt vorspielt, glaube ich dir. Neues Ziel aufgetaucht. Das gewinnen wir. Ein Feindwinniger. Ja, machen wir. Sofort. 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 Verständigt. DP-flickabs 81 Bestätigt. Bestätigt. Benutze Drift. Allaus- undðersky viel mehr Schaden machen immer vergesse ich das jedes Mal versuch ich habe mir sogar eine Uhr hingestellt gut dann mache ich jetzt mal eine kurze Aufnahmenpause bis dann